und damit halli hallo meine lieben herzlichen willkommen zu einer neuen folge snowwanna wir haben in der letzten folge den auftrag truck trip durch wisconsin gemacht teil davon den rest habe ich auf screen gemacht habe ich mit zitros gefahren den sehen wir nachher auch noch mal zitros und damit können wir jetzt entsprechend endlich den auftrag zugabfahrt machen wir sind fast bereit unseren ersten zug los zu schicken doch zum einen muss die barmbrücke repariert werden zum anderen läuft kein motor ohne sprit und wir reden von spezialkraft aus einer tankstation in der nähe genau und das machen wir heute zumindest ist der plan problem nummer eins moment erkläre ich gleich kurz wir brauchen stahlträger daraus resultierend ich habe keine stahlträger mehr auf greenwood silver das ganze müssen wir zum lager hier liefern da in der nähe vom von dem bahnhof ich habe auf greenwood silver zwar die möglichkeit hier in der waldsteinfabrik stahl herzustellen da kommen wir aber zu problem nummer zwei dafür brauchen metallrollen problem nummer zwei wir haben keine metallrollen mehr auf greenwood silver also nur damit ihr mir das auch kurz glaubt ne lagerhaus okay da hätten wir noch zwei okay ich habe gelogen die hier in der hangar b keine mehr und irgendwo hier oben keine mehr und reicht auf jeden fall nicht für drei mal stadt habe ich hier noch einmal stadträger drinnen zufällig einmal so oder so reicht nicht deswegen starten wir auf black badger leg hier oben ne kennt er eigentlich auch schon am generator punkt direkt in der nähe von der werkstatt das heißt wir wechseln mal kurz nicht generator einschalten wieder zurück wechseln und dann können wir anfangen zu arbeiten jetzt hier so hier haben wir ohnehin noch einmal stadträger übrig wie kein kraftstoff im generator das kriegen wir glaube ich hin den armen generator ein bisschen voll zu tanken hier nachtanken ohja da ist wirklich nicht mehr viel drin äh wir fangen mit dem reparaturwerk zu ja ne müsste theoretisch reichen mich nicht alle täuscht ob immer 100 liter brauchen wir pro stadträger so lager aus ophi 150 das ist belastend wir machen halt mal so genau das ist jetzt zwar eigentlich nicht der ursprüngliche plan gewesen aber kriegen wir hin so zwei vorräte ich da ist wir gehen hier einmal rüber schalten hier einmal auf den Anhänger und ballern da unsere Dinger rauf so und dann gehen wir jetzt hier auf nachtanken und ziehen wir allen Sprit raus den wir kriegen können zack und der Rest ist mir egal und jetzt machen wir Abfahrt dann nehme ich erstmal nach Grimwoods River rüber ballern ähm auf einmal das wär hier irgendwie um die Kurve kurz rum kommt das ein bisschen wie gesagt der lässt sich immer so schwer nach da unten drücken weil der Anhänger ja gelenkt ist und aufgrund des Matsches macht er nicht das was er theoretisch machen sollte deswegen krampfen wir uns jetzt hier ein bisschen einfach mal rum aber passt ja chaka so jetzt gehts ab nach da drüben der Plan ist jetzt halt relativ simpel wir fahren einmal hier bis zum Bahnhof rüber also nach Black Badger äh nach Grimwoods River zum Bahnhof nicht der Bahnhof hier auf der Karte und dann laden wir da die Starträger ab die drei Stück und dann fahren wir da einmal kurz hin und her weil direkt am Bahnhof kriegen wir die Ersatzteile glaube ich und dann müssen wir uns auch noch um den Sprit kümmern der aber zumindest wegtechnisch auch schon vorbereitet ist theoretisch schaffen wir den halt heute wenn nüchte dazwischen kommt wenn nüchte dazwischen kommt so damit auch möglichst wenig dazwischen kommt geben wir vor Gas macht keinen Sinn nüchte dazwischen kommen aber egal ey jetzt müssen wir hier aber wieder sonst kommen wir zu sehr ins Schliedern mhm der Weg da rüber zieht sich jetzt halt natürlich ein bisschen ein bisschen ein little bit what am Ende der Folge und der Karte weiß ich dann endlich ob wir den Zug wirklich abfahren sehen, oder nicht. Für mich ist das dennoch ein großes Geheimnis. Aber ich hoffe, wir sehen es dann. Und dann steigen wir nämlich ja in der nächsten Folge. Dann machen wir erst mal ein bisschen auf einer Mockkarte weiter. Hier Red Canyon würde ich sagen. Das klingt ganz gut. Wir haben hier zwar noch theoretisch Aufträger, aber... Ich glaube den immens coolen Teil der Aufträge haben wir jetzt abgeschlossen. Wir haben die Papierfabrik hier aufgebaut. Wir haben die Mammutbäume eingesammelt. Wir haben die Diesellok gezogen. Ja, so sagen wir halt, ne? So, hallo Papierfabrik. Kommen wir heute aber nicht vorbei. Das geht heute wirklich nicht. So. Bin ich ehrlich. So. Jetzt kommt... unser kurzes Morass-Stück, wo wir uns einmal durchkämpfen müssen. Ich glaube, der ginge... eigentlich ganz gut durch, ne? Der einzige, was wir machen müssen, ist den Lastgang runterzuschalten. Da fräst sich der Asauf-Eisbekehr schon durch. In den Kommentaren habe ich im Übrigen auch mehrfach gelesen, dass diese Kabine, wo ich hinten so dachte, das ist so eine kleine Wohnkabine, die ist halt, äh, doch... schon deutlich luxuriös ausgestattet. Irgendwie mit Küche und... Schlafmöglichkeiten. Also das ist schon mehr als nur, leg dich mal... ne, leg dich mal hin, Kabine. Da kann man auf Expeditionen auch drin wohnen. Ja? Äh... Wo müssen wir eigentlich grad lang? Links da. Da kann man auch mal drin wohnen. Na auch, äh, vielen Dank. Für die Hinweise dazu. So, hier muss man mal ein bisschen vorsichtiger drüber fahren. Ich glaub, das war auch zu vorsichtig. Da würde ich immer das einfach so machen können, wie vorher auch. Im hohen Lastgang, aber egal. So, aufgrund der Steine hier, schalten wir ebenfalls nochmal runter. Ja, zwar an sich keine Probleme, aber wenn wir hier wieder zu schnell drüber bügeln, dann machen wir uns bestimmt wieder Damage an der Federung. Und das will ich nicht. Abfahrt. Ich kann mir jetzt sogar wieder den Automatikgang schalten. Und zumindest vorher erst ein bisschen Tempo aufbauen. Ja gut, tanken brauchen wir hier nicht. Ne, der Verbrauch, also der Eisberg, verbraucht ja hier nicht so viel. Oh, da bin ich da gerade in Nullständen drüber gegangen. Ah. Egal. Das macht mir gar nichts. Das kriegen wir hin. Was ich relativ cool annehmen. Also wir finden dadurch, also obwohl er so einen hohen Schwerpunkt hat, hat. Das ist ja gar nicht so besonders kippanfällig. Ah, nein. Ah, apropos kippanfällig. Ich glaube, ich brauche auch gleich wieder. Da habe ich, als ich das Ganze vorher fertig gemacht habe, äh, oder mir überlegt habe, da wieder gar nicht drüber nachgedacht. Oh, ne. So geht das. Ja, gut. Ähm, mit dem anderen, äh, mit dem Sechslot, was ist der Sechslot? Und, mit dem Auflieger die letzten Male sind wir ja jedes Mal, wenn wir hier rübergereist sind, umgekippt. Uh. Glück gehabt. Abfahrt. Ah, stimmt. Das war ja, genau, das war ja die Geschichte, weswegen ich gesagt habe, ähm, bei dem hier, wenn ihr da die erhöhte Federung drin habt, also bei der Modkarre, mit der erhöhten Federung, und dem Sattel hinten drauf, und, ähm, Auflieger dann, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, der kippt halt automatisch um, sobald ihr durch diesen Tunnel kommt. Irgendwie ganz verrückt. Deswegen am besten die aktivierbare, äh, bei dem die aktivierbare Federung reinhauen. Und der ist gut. So. Wir haben den größten Teil der Strecke dann auch gleich schon geschafft. Ne, bis zur Werkstatt ist er jetzt zum einen nicht mehr zu weit und da müssen wir nur noch einmal bis zum Bahnhof hin da weiterfahren. Das sollten wir alle ohne Probleme jetzt hinkriegen. So. Hallo Werkstatt. So. Jetzt nach der Kurve, glaube ich. Da bin ich. Ne, doch. Jetzt müsste die kommen. Oder nicht. Oh ja, wir haben noch ein Stück. Stimmt, nach der nächsten Kurve kam sie dann. Ja. Ja. Mein Fehler. Obwohl wir die langen Straßen in letzter Zeit hier schon ein paar Mal gefahren sind. So. Jetzt fehlt mir da ein bisschen die Orientierung. Überraschend. Also wirklich überraschend. Eigentlich bin ich recht gut im Orientieren. Aber naja. So. Jetzt aber. Hallo Werkstatt. Und Garage natürlich. Ne. Ich wünsche mir auch immer noch. Ne Waschernagels. Oder einfach so in so einer kleinen Cutscene. durchfahren kannst. Mit deinem Lkw. Dein Lkw waschen kannst. Äh. Ziemlich. Ziemlich geil. Würde ich. Würde ich fühlen. So. Jetzt kommt aber die Brücke da vorne. Genau. Genau. Davor biegen wir links ab. Und dann fahren wir einmal wieder unten an den Schienenlängs bis zum Bahnhof. Jetzt問 ich zwei please. Dann sind wir mal da vorne. Wir hören uns mal da vorne. Hallo. � advertise uns mal data. peu. Deridity considere vos schon le 번 details also. Nein? Wir haben einen kleinen Davidson- DISFI Tok. so, haben wir geschafft, noch mal ein bisschen Schaden haben wir mitgenommen, aber das ist eigentlich relativ egal. Zack, kurz runterscheiden, wenn einer im Hochgang halt nicht will, die Sau, und da vorne müssen wir das Zeug abliefern, denn anscheinend, also ist die Brücke da vorne damit gemeint, die wohl irgendwie noch nicht so ganz korrekt ist, aber ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir erstmal unsere drei Stahlträger hier, eins, zwei, drei, und dann holen wir noch kurz die Ersatzteile, äh, der armer Anhänger, ne, aber wie gesagt, der lässt sich halt hier auf Rot wirklich dumm, mal nach hinten drücken, also, finde ich, der macht halt, was er will, also, das ist halt, wenn ihr es besser könnt, dann ärzt ich den Lyko-Mutsch, echt kann's nicht, nehm, 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 hier müssen wir, glaube ich, den Sprit abliefern, und hier, hier sieht man's auch, nehm, das zweite Lager, was wir da hinten hatten, ist halt komplett weggegrast, aber Ersatzteile haben wir hier noch, ähm, und ich wende vorher einmal diesmal, wenn wir den, nicht wieder so, die liegen ja noch mit, ne, ich glaub, die sind einfach so da, ich dachte grad, hä, hier doch noch Metallrollen irgendwo, aber ich glaub, die sind einfach nur zur Zähne da, erlastend, so, jetzt aber, eins, zwei, drei, Abfahrt, und, 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 da sind wir auch schon, aber ich hab ja gesagt, die Ersatzteile holen wir, äh, also, dafür braucht man nicht so lange, das ist nicht so schwer, eins, zwei, und, drei, so, Motor abstellen, jetzt machen wir weiter mit dem Zetrus, der steht hier unten am Spritlager, so, und bevor wir jetzt einladen, mir hier, ich mir hier so ne Sprecke, und, 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 und hier lang und ich glaube das kann man der schiene landland genau also die gute steht ihr schon bereit hier unten denn hier kriegen wir kraftstoff 12 3 da ist belastend und hier steht noch ein tankanhänger rum den ich nach möglichkeit gleich immer mitziehen deswegen der anbringen das ist raus machen wir ihn halt ein ticken weiter ran ziehen dann gucken wir mal auf ihn einfach gleich mitnehmen können eigentlich müssten wir das irgendwie einigermaßen hinkriegen und ich glaube hier kommen wir auch ohne probleme im hochgang durch sollten wir auf jeden fall den auf der hinterhorte dauert ganz kleinen ticken zurück damit wir hier ordentlich rum kommen jetzt für uns doch ganz gut soweit und dann wollen wir jetzt ein bisschen tempo geben als ob wir nicht bis an den baum da rankommen ist das euer ernst moment vielleicht haben wir glück ich hab ne idee das hat sogar funktioniert also komm jetzt hier rein los machen den ich hoffe wir kommen daran ziehen wir jetzt ganz nah an uns ran wir heben ihn dann hoch und müssen ihn dann einfach hin rauf fallen und dann einmal kurz was verladen und jetzt müssen wir den letzten ziehen wir auch mal nochmal hier vor komm her und jetzt kommen wir den erstmal ganz kurz hier hinten rauf und jetzt fahren wir mal ganz kleinen ticken noch mal vor und jetzt müssen wir natürlich ihn hier nach möglichkeit hier hinten wieder rein kriegen kran wieder herstellen fracht und laden fracht verladen sehr schön jetzt muss man natürlich auch die winde hinten wieder anbringen das hat jetzt auch wieder mal ordentlich zeit gekostet aber egal ja gut wenn er da hinten kippt ist das gar nicht so schlimm diese baumstämme sind vorhin einfach da rot also die lagen da auf dem holzblock ne ich habe die nicht berührt also nicht ansatzweise sind da einfach runter gefallen ne so den ziehe ich einfach hinterher das ist mir jetzt egal da muss er jetzt durch der ist ja für unseren wenn es gar nicht mehr geht dann ob ich ihn einfach ab dann bringe ich ihn doch mal irgendwann anders zum anhängershop und verkaufe den das ist der einzige grund warum wir ihn hier mitnehmen ne anhängershop so hier um die kurve ich weiß dass ich die ganze zeit mit sperre fahre ja ist auch erstmal ich glaube ich ich war erst mal um ihn weiter zack okay wir lassen ihn da stehen wir holen ich hole mir irgendwann später mal ab so über zwei holzplanken die unseren lkw aushalten die brücke hier sieht immerhin schon mal ein bisschen stabiler aus als nur mit zwei holzplanken aber ist trotzdem eine holzkonstruktion das ist immer schwierig wie viel die noch aushalten ne so holz kann durchaus sehr viel gewicht aushalten je nachdem welches holz man halt nimmt so ne aber wenn er da schon seit 18 jahren da vor sich hin rottelt dann ist es halt schwierig so ich schaue mal ob wir im hochgang jetzt hier durchkommen nee aktuell nur nicht aber eigentlich dürften wir gar nicht mehr so weit haben das stimmt wir sind schon am seegewerk das ist ganz gut dann ist es ja nicht mehr so weit wird auch schon wieder dunkel also das abfangmanöver mit dem kran das ist natürlich ein bisschen zeit gerettet sonst hätte ich da jetzt mir gesagt das war ja wirklich ein millimeter von einem windenpunkt den wir da hätten nutzen können aber der windenpunkt sagte so nee du bist einfach zu weit weg und das ist mir egal und dann die idee mit dem kran habe ich weiß gar nicht woher ich die habe irgendwo habe ich die mal gesehen oder gehört irgendwer hat darüber mal gesprochen dass er einfach mit dem kran haben sein truck aus dem also seinen umgekehrten truck aus dem dreck geschoben hat so wird langsam dunkel das heißt wir machen mal ein bisschen licht an aber wir haben unser ziel dann noch gleich erreicht nach der steigung müssten wir theoretisch schon bei den schienen sein hier biegen wir rechts ab und dann kommen wir auf die straße zu entschieden richtig richtig so genau da ist dieses häuschen wenn wir dem weg hier einfach weiter folgen dann sind da vorne kann man sie schon in der ferne sehen quasi und da sehen wir dann auch schon unseren entladepunkt und ich bin so gespannt gerade ob dieser zug auch jetzt geil abfährt ne ich hoffe dir die arbeit die ich jetzt da reingesteckt hat einfach um zu sehen dass dieser zug abfährt wird maximal zu enttäuschen wenn er nicht abfährt dann haben die macher uns hier echt krass verarscht so wir nähern uns dem ende 220 meter noch 90 meter noch 50 meter noch so na gut die meter sind kommen natürlich jetzt nicht ganz in den punkt wann ich äh ganz auf dem abladepunkt zack ah zack da so ich wurde schon mal aus so und jetzt wollen wir dann aber auch mal abladen eins zwei und drei oh der fährt wirklich los wie geil ist das denn und da steht auch unser asof wie cool ist das denn tschüss zug bahnverbindung ist wieder hergestellt zug abfahrt der erste schritt ist gemacht für die regionen bricht eine neue ära an und wir hätten es niemals ohne dich geschafft natürlich hätte dir das nicht geschafft hier ist deine belohnung zusammen mit der dankbarkeit aller einwohner 14.395 ja gut für den letzten auftrag war das jetzt gar nicht so viel äh gar nicht so wenig wir haben ja also der war jetzt wirklich nicht so überkomplex der auftrag cool wir haben es geschafft meine damen und herren ja ich finde das toll der fährt da einfach der zug wirklich los aber cool gut unser fahrer macht schon ein nick erschienen in diesem sinne war es das für heute hat ein bisschen länger jetzt wieder gedauert aber das macht glaube ich nix ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder dann auf dem red canyon wenn nichts dazwischen kommt habt noch einen schönen tag haut da rein bleibt gesund bis dann tschüss tschüss gott Untertitelung. BR 2018